... ... ... Anna, kommst du? Anna, kommst du? Anna... Ja! Kommst du? Dann kann es ja losgehen. Ich hab mich so s*** auf den neuen James Bond gefreut. Ich komm gar nicht weiter. Bringt sich Luki jetzt um? Habt ihr irgendeine Idee? Sorry, also ich hab wirklich keine Ahnung. Kein Abi und keine Option. Kann das denn sein? Keine Ahnung von nichts. Schlimmer. Meine Leute, wir haben folgendes Problem. Erstens sind Stroh dumm. Dumm wie Stroh. Zweitens... Die Lehrer sind gestechlich. Ich hab's probiert. Ah, ah, ah... JETZT Werbung. WASS. Irgendwas stimmt mit Hasey nicht. Uups! Da ist wohl jemand nicht ganz frisch im Kopf. Wasserflüssigkeit. Musik 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 Nein, stopp! Aber ich habe das wirkliche Machige für Styling. 1&1 Das war die Werbung Jungs, Alter, wir brauchen Kaffee Überprüft in der Schule Ihr verpackt Braunzeug Und, ach so, ich erwarte natürlich 2005 Schön verpackt in einem braunen Kuvert Überall es ist so ein Wild-Gang-Gang Was macht der hier? Was? Der Fokus nur Potenzstörung Der führt letztlich ins Leere Wir müssen die Potenzstörung Als Mittel begreifen Um etwas für die Gesamtgesundheit Geschlechtsbeziehung für die Gesamtgesundheit Erektion Guck wie wir unseren Döner verdoppeln Danach fressen wir vier Döner Guck wie wir unseren Döner verdoppeln Du hast 100 Likes mehr? Ich war im Bett mit Michael Jordan So fucking famous Selbst der Taxifahrer bangt mich Everyday gay Everyday gay Everyday gay Manche sagen Krisen-Gang an unserer Hauptgie Kommerzbank Wir sind geil und versaut Das war Werbung Sie sehen gut aus Ja 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 Da Töner Das war Wart Sie sehen gut aus 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 Das war's für heute.